Lalalalalalalalalala Hau was der Kerl war Abrennen auf dir stund Hauenen Ich glaube, dass Hauenen ist ein Ort, ein Ort, ein Ort zu bygeln. Das ist das Heimsens am meisten Hauptstab. Du sagst, dass es sehr gut ist. Und es ist fantastisch. Und es ist einfach nur ein Ort bei 16.000 Menschen. Wir wissen, dass es ein Ort ist, wenn es ein Ort ist. Wir wissen, dass es ein Ort ist. Wir wissen, dass es ein Ort ist, wenn es ein Ort ist. Das ist ein Ort ist, wenn es ein Ort ist. Ich habe es nicht gebaut, aber es ist nicht so, dass ich ein Ort ist. Ich fühle mich sehr gut, dass es ein Ort ist. Ich habe es einen Ort ist. Ich war in London, New York oder so. Das ist nicht so, dass es ein Ort ist. Ich habe es erreicht. Ich habe es gemacht. Aber es gab es nicht so, dass ich einen Ort ist. Wir wissen, dass es ein Ort ist. Aber wenn es nicht so ist, dass ich hierher ber Hei, ich heiße Guri Hanssöter, und ich Dianus, zusammen mit Büschta. Büschta begann in Rechavuig 2011, nachdem es um Heste. Ich bin gerade in Rechavuiger. Und ich habe geschrieben in der Vorstellung, das war ein Pop-Bus, und nicht nur den normalen Stuhl, die ich mache. Und ich hatte einen Montag, und ich hatte Janus, und ich hatte einen Ball. Und ich habe mich gefragt, ob er nicht die Arbeit mit mir und ich mache mich. Und er hat mich nicht mit mir gemacht. Und er hat mich gesagt, dass er ein Heilflöwe und der Büschta-Büschta. Ich bin mir so, dass ich mich auf dem Land verletze, dass ich mich in der ersten Hosea gekommen bin. Die vorherigen Pop-Tagen haben nicht immer noch lange Zeit, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe es oft gesagt, dass ich die erste Mal gesehen habe, aber ich habe es immer noch gesagt, dass ich das erste Mal gesehen habe, als ich das erste Mal gesehen habe, als ich das erste Mal gesehen habe. Alle sangen von Flöwen in den Föhrerskonen und es ist eine pure Norte für mich. Ich habe auch die Juste hier, die alle schreien und ich hatte. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir das Fluchte von früher und es war mehr, wie man sagt, nationalistisch. Ich hatte das Gefühl, dass ich früher mal mehr als ich bin, wie ich bin. Und ich wollte, dass ich alles von früher gemacht habe. Das war das erste Mal, wie ich es war. Talentern ist ja auch eine Organskere Pop-talentern. groovy und mit dem Bentschreche auf dem Weg. Alltid, alle POP, auf dem Weg. Ich war gerade in der Schule, und das war ein Wetter. Wetter war gerade mit der Schule. Es war ein Mist und ein Kaffee. Ich kam aus dem Tonegau, in Österreich, die Elektronske Tonegau sind sehr populär. Es sind viele, die ich hier in Österreich Ich glaube, es ist sehr spannend. Ich habe versucht, alles was ich hier beschäftigt habe. Ich habe es noch nicht mehr. Es ist eine große Herausforderung. Sie ist eine große Herausforderung. Sie ist eine sehr gute Freundin. Es ist eine große Herausforderung. Sie sagen, wenn man sich selbstständig fühlt, dann ist es einfach so. Es ist eine große Herausforderung. Ich habe es eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Es wird einfach eine große Herausforderung. Ich wünsche mir, es ist ein sehr vieles accompli. Ich wünsche das jetzt ein bisschen. Ich wünsche mir Claudia das. Ich wünsche mir an den Köln und sie war ihr in der Studie. Da war es einfach so, wenn man versucht, wenn man versucht, dann geht es einfach weiter. Was machst du? Kannst du spielen? Ja, es ist falsch. Okay, ich sage, Tumner, in der nächste Version. Ja. Tumner, in der nächsten Version. Das ist ein guter Schultz. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, der ist gut. Aber es ist gut. Ja, es ist gut. Ja, das ist gut. Mit Schoen und den Rym-Schein. Und ich hatte es mir mit ein Schultz, der wusste, dass das gut von dir einfach immer flere Tätten schriften. Aber es war immer noch so. Ich lerne es nicht, ob ich es schuldig war. dass er noch original und spontan ist. Also da fühlt es sich einfach so... Som dass er... Da fühlt es sich einfach so, dass man nicht so hat, dass man nicht so hat, dass man nicht so hat. Meist ist, dass man nicht so hat, dass man nicht so hat. Das ist, dass man nicht so hat, dass man nicht so hat... Einmal, der wir bürstet haben, ist, dass wir Gerard und Antonin wissen, wie wir es tun haben. Das ist eine solche Projekte, die wir haben. Aber ich bin immer noch nicht mehr. Es ist nicht bewusst, dass alle Menschen sind. Es ist einfach so, dass wenn man in Följön oder Ausland ist, dass man so auf alles beteiligt hat. Man kann vielleicht nicht inspiriert werden. Im Gegensatz zu sein, dass man oft auf den Kopf ist, dann ist man aus der Nacht. Das ist unbeweislich, aber es ist alles gut. Ha, 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 hit mir her, we're on to move, yeah, love Ha, 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 hey, gud, du sollt, ja, da ja, da bin, som weid, ichi, kommut, yeah, love Ha, 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 ha Hecht mir her, wie die Ange-Mofjala. Hecht mir, wo du solltjag da, ja vor da bin. So weit ich komm auf jäner Oh, was der hier war Abrennen die Hörschluss Hey, gut, so gut, ja, ja, von der Fähne So weit ich komm auf jäner Oh, was der hier war Abrennen die Hörschluss 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 Untertitelung des ZDF, 2020